Oh! Ausgerissen! Erfolg! Ich kann wieder nicht die Maus bewegen. Jetzt können wir aber zumindest sprechen. Wir kommen ganz schnell. So schnell wie ich nur kann. Das ist unser Zuhause. Oh nein. Hallo, Yvonne. Ihr Zuhause. Hier gehörst du hin. Oh, das sind Schwierigkeiten. Wood's in Trouble. Trouble is odd. At least she'll be a Sixer. A Wanner is a Wanner. Is a Wanner, is a Wanner. When you're right, you're right. Yvonne, come stay with us. Do you want some tea? Oh ja, ich hätte gerne ein Tea. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich will keinen Tea. Wir müssen nach Ort suchen. Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother, Yvonne. Es ist nicht sicher. Wir müssen gehen. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, Yvonne. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, Yvonne. Not ever, Yvonne. Oha. Ich kann nicht... We'll always be here, Yvonne. You'll always be her, Yvonne. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go. Even if you're lost. The Queen will find you. Okay. Okay. Kann die Maus nicht bewegen? Okay. Okay. Hier ist schon mal nichts. Aha. Ich bin aus der Hölle. Ich bin aus der Hölle. Ich bin aus der Hölle. Aber sie haben... Haben sie uns wehgetan? Nein. Ich glaube, sie... Sie werden dir deinem Zukunft verletzen. Sie verletzen dich von deinem echten Destinie. Du bist endlich nach Hause. Okay. Musst du das so creepy sagen? Hast du es eilig? Drücke und halte Schifft, um zu sprinten. Auf diese Weise kannst du auch leider ein schneller hoch- und runterklettern. Ja, ist mir schon auf. Wake up! Wake up, girl! Auf, auf, Mädchen! Oh nein, 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 nein! Das ganze war ganz krisch. Die Schifft werden auseinander. Heute ist ein schwieriger Tag für dich, Hermann. Das ist ein schwieriger Tag für dich, Hermann. Wait! What am I supposed to do? Na, schnapp den Schiff. Take one of these bad boys! Hä? Schnapp dir einen dieser bösen Jungs! Ach, sie! Was passivend, Hermann? Was passivendemben, was an Landhemen. Wo landen wir? Im Würfelland? Wo ist das? Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Würfelland. Das ist Würfelland. Wo ist dieses Ort? Erkunde dieses Ort. Vielleicht finden wir auch Hermann hier irgendwo. Kann man hier runterfallen? Lieber nicht. Wenn man im Spielen erst mal die Möglichkeit bekommt zu sprinten, sprintet man nur noch. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht, dass es wahrhaft ist. Ist er stillgestanden? Ja. Es ist alles still. Nichts bewegt sich. Alles eingefroren. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh. Interessant. Okay. Hier gibt es zwei Wege. Ich möchte eigentlich diesen hier gehen. Aber das sieht mir schon sehr endgültig aus. Deswegen werde ich diesen hier gehen. Ah, da ist auch noch was. Gute Entscheidung, Leela. Gute Entscheidung. Von da kommen wir. Und da hinten ist nichts. Und da kommen wir bestimmt auch nicht lang. Nee. Okay. Sehr schön. 230 Würfel Points. Speicherpunkt auf jeden Fall. Nicht mehr. Huch! Nicht mehr in Eins fällt. Okay. Okay. Whoa. 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 Leave me alone, you. Du verrückte Maschine! Ich bin nicht dein Feind! Ich bin nur ich! Ich kann dich nicht verhören! Ja! Komm, kleine Würfel! Verdammt, wir haben die letzte Dinge uns nicht mehr bekommen. Die letzte Vase. Nicht, können wir die noch holen. Los, kommt ein kleiner Würfel! Ja! Super zuckersüß! Hallo! Okay, mein Lieblingscharakter ist der Würfel. Oh, wir spinnen Würfel! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein, nein! Oh, nein! Ich habe die Chance, das Ding zu holen! Hey! 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 Ah, wenn das nicht lieber auf den ersten Blick ist. Okay. Danke, dass du mich gebeten hast. Danke, dass du mich gebeten hast. Du warst wirklich... Oh, well, heroic. Right, okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Oh, um, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Okay, ich kann ihn da hinschicken. Jetzt habe ich es kapiert. Hier und dann da hinschicken. Okay, ich will trotzdem wissen, was hier noch so rumsteht. Wir dürfen nichts vergessen. Ich meine, wir dürfen schon. Uns folgt jetzt einfach so ein kleiner, süßer Würfel. Wie cool ist das denn? Wie süß! Das ist ein kleiner Würfel. Hey, those are mine. You don't just take things from people. Fine, you can hold on to them, I guess. Just don't digest them. Bitte verdaußen. Ach, ist das süß. Und...